Hallöchen! Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Minecraft. Ja, ich habe es diesmal wieder auf die Reihe bekommen. Ich hoffe ihr hört die Musik. Und hier sind wir letztes Mal stehen geblieben. Wir haben drei süße Kätzchen. Die FPS spielt schon wieder nicht so mit wie ich es will. Denn sie bleibt irgendwie bei 19 hängen. Mal schauen. Grafikeinstellungen. Details. Ähm, hm 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 hm. Quality. Hm 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 hm. Clearwater habe ich weggemacht. Ich weiß nicht warum das alles bei mir so abkackt. Ich habe überhaupt keine Ahnung was. Also wenn ihr wisst dann sagt es mir. Faster world loading. Lower FPS. Ist auf der World. Hm hm. Ich habe keine Ahnung an was das liegt. Über-er-haupt nicht. Was ist das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Es ist halt einfach brutal. Das. Mit. Mit diesem. Ähm. Mit diesem Mod hier. Und. Naja. Lassen wir uns einfach nicht beirren. Ich hoffe es stört nicht so. Sonst muss ich den Mod halt einfach wieder raus machen. Ist zwar echt schade. Aber naja. Gut. Gut. Also. Als nächstes. Wir wollen jetzt endlich mal in eine Höhle gehen. Und. Wollen ein bisschen erkunden. Weil wir könnten echt mal also ein paar Rohstoffe gebraucht gebrauchen ja. Also. War da gerade eine Kratze? Nein. Nein. Wir könnten echt mal ein paar Rohstoffe endlich gebrauchen. Einen Moment. So. Ähm. Gut. Jetzt muss man halt eh erst mal was finden. Das ist immer so eine Sache im Minecraft. Finde eine Schlucht. So ist es. Ah. FPS. Was ist mit dir los? Ist irgendwas bei mir im Task Manager auf? Ich hatte das Problem heute Mittag schon. Hm. Also. Wenn ich irgendeine Ahnung habe. Dann. Sagt es mir bitte. Ey. Ich habe einen Quad-Core. Ich habe eine gute Grafikkarte. Ich habe keine Ahnung was hier los ist. Ich habe 6 GB Arbeitsspeicher. Vielleicht muss ich Minecraft mehr Arbeitsspeicher zuweisen. Wer weiß. Water Animations. Ah. Warte mal. Fire Animation. Blablabla. Blablabla. Textur Animated. Wenn ich das abmache. Was passiert dann? Also. Gar nichts. War ja dann. Äh. Voll für. Das ist ein. Den Arsch. Wo habe ich das jetzt eingestellt? Nene. 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 Lava Portal. Expo Smoke. water das kann es aber alles auch nicht sein flame feier wain terror animation machen wir es mal ab vielleicht hilft mir das also es hilft mir nicht wirklich ist ja richtig beschrieben also an der animation wird es nicht liegen die sichtweite ist auch nicht gerade weit schnell was ist move light größe leistung höchst leistung ausgewogen naja ich lache das hat jetzt einfach mal so ich muss glaubt dem ort einfach wieder raus machen irgendwas ist da einfach falsch scheiße drauf also bei 20 fps bleibe ich gerade noch so also bin ich gerade noch so zufrieden ok dann nimm wir dich mal mit und dich auch und dich auch und dich auch und dich auch und dich natürlich auch so wir brauchen eine schlucht das ist die frage wo finden wir eine unterwegs habe ich doch einmal einen entdeckt oder war das falsch neunzehn neunzehn eisen ich nicht gerade viel jungs und mittels das war ein kack scharf das war ein kack scharf so aha ein moment jetzt kann er irgendwas nicht abspielen ohne momento ohne momento ohne momento irgendein problem hat ähm die heißt dann nochmal hier diese player da dieser vlc player mit der musik achtung jetzt wird es laut so zufallswiedergabe so oh kohle aber keine höhle brauchen wir kohle nehmen wir mit ich denke kohle kann man immer gebrauchen zu viel kohle haben wir jetzt auch nicht dass wir sagen können ne die lassen wir da so wir müssen die ich bin zwar kein gern also ich bin nicht so gern hüdenmensch wie kronk aber ihr wisst rassur oh entschuldige ähm ja das kann sein dass es jetzt öfters mal passiert und es tut mir recht leid aber ich bin krank also beziehungsweise ich habe schnüpfen und also husten habe ich oh ein npc dorf da gehen wir jetzt grad mal hin ich hoffe wir finden dann auch wieder zurück das wäre echt uncool nämlich wenn wir jetzt noch eine höhle entdecken würden wäre natürlich ach du kacke noch cooler aber ist nicht wirklich eine große höhle sondern eher ein kleines tunnelchen aber immerhin eisen gut wir hätten uns noch ein eisenschwerp machen sollen oh 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 oho so ich glaube wir haben eine höhe entdeckt weiß zwar nicht wie riesig du ist aber hier ist sie schon mal nicht riesig aber naja kleine höhle ist auch gut bei embodied Eisen ist natürlich sehr gut. Ein kleines Eisen-Vorrat wäre auch schon gut, dass wir noch um zur Rüstung basteln können. Dankeschön. Dankeschön. Irgendwas röchelt hier. Könnten wir? Können wir? Ich glaube, können wir auch gebrochen. Für unser Weg. Zack, zack, zack. Ein Moment, mich nervt gerade die Musik ein bisschen. So, kann ich jetzt auch auf Tastatur mit Windows Media Player funktionieren. Das mit der Tastatur ist sehr gut. Ah, ne, muss jetzt auch nicht sein. Ich muss mal anfangen mit einer Höhlen-Playlist oder sowas. Weil das ist schon sehr nice, wenn man sich dann wirklich noch selber ein bisschen gruselt. Und sich bald ein Pipi in die Hosen macht. So, hoffentlich geht's. Geht's da weiter? So, von da kann, glaube ich, nichts kommen. Deswegen bin ich eigentlich jetzt hierher gekommen. Aber das ist schonげen. Und das ist schon großartig da. So, das ist schon großartig. Aber das ist schon gut.